Mal Walli, da fehlt doch noch was. Da war doch nicht alles. Ja. Boah, die Bahn, die schafft uns. Ja. Vor lauter Bahnstress, das war das doch nicht. Ja, da habe ich hier so tolle Sachen für euch. Ja. Hier ein ganz tolles Kleid. Du kannst echt sagen, das Schlechte kommt, das Beste kommt zum Schluss. Und hinten die kleinen V-Auschnitt, richtig schön klassisch geschnitten. Da sind wir gute 42 Größe. Auch hier mit der Sprungfalt. Moment, ich muss mal gucken. Ja, mit der Sprungfalt sieht auch ganz interessant aus. Ignoriert einfach die Glocken. Wir haben einfach nur 7 Uhr. Das ist alles. Ja, ich könnte sagen, das ist hinten. Doch, das ist hinten, definitiv. Ja, und dann haben wir auch diese ganz hochwertige Größe. Ja. Das ist auch ganz toll. Die sind alles hochwertig, die italienische Markenbauer. Die ist auch klasse geschnitten. Wie man sieht, auch mit dem Buch drauf. Ja. Macht die auch immer ganz toll. Auch so eine engere, kurze Hose. Äh, enge Hose. Die schwarze, wollte ich sagen. Ich bin heute auf den. Das ist die Bahn. Die ist... Ja, aber und das... Und jetzt kommt noch das Gebimmel dazu. Dieses tolle Kleid. Schaut mal, ist das nicht klasse? Mit zwei Taschen hier drinnen. Mit die schönen Innentaschen. Und hier überall hinternacht mit dem Reißverschloss. Also das sieht einfach klasse aus. Die kleine Ärmchen. Mhm. Das ist schön. Also das kann man gut bis reinfüllen. Wenn man das tollen wird. Ja, dann haben wir auch noch eine ganz tolle Shirt. Ist auch ein super Shirt. Schaut mal. Mhm. Das ist unwahrscheinlich klasse. Und auch eine ganz, ganz konkrete Qualität. Richtig schick. Und die Sachen kommen jetzt aus Italien. Also es ist ein richtig super Design. Und ganz tolle Markenware. Ziemlich auch genau. Ist auch großartig. Und dann hören wir auch noch mal. Dies ist das größte Shirt. Hinten eine ganz tolle Struktur. Mhm. Und vorne. Ist auch richtig schön. Außer das mit einem kleinen, langen Arm. Aber man kann es sehr gut auch zum Übergang anziehen. Ja, dann haben wir auch für euch noch die Taschen. Mit dem modischen Rot. Haben wir auch so passte Knüsen zu. Der Crew dabei. Ihr habt da euer Geheimdach. Schaut mal, Frauen. Mhm. Doppelter Boden, das Ding. Ja, doppelter Boden. Ja, mit einem kleinen, kleinen Fächelchen. Meine, ihr habt jetzt gerade weggeguckt. Genau. Dann auch hier drin ist sehr gut ausgearbeitet, diese Tasche. Das sind auch sehr hohe Qualitäten, sind das. So wie auch diese in braun, aber auch so schöne, passende Oberteile zuzubinden. Die Windtasche. Auch noch mal, auch richtig toll ausgearbeitet sind die Taschen. Genau, zeige ich das mal so. Und ganz super schön Design haben die. Passt ja auch, ich finde. Sieht auch super schön aus, ja. Jetzt kann man auch, jetzt haben wir auch noch so passende Oberteile dazu. Dann eine Klatsch. Eine was? Eine Klatschtasche. Eine Klatschtasche. Ja, eine Klatschtasche. Ja, eine Klatschtasche mit Bändchen dran. Ja. Auch sieht toll aus. Das sieht richtig toll aus. Und auch hier die silberne. Mhm. Ist auch toll. In der Seite noch eine Taschen. Und auch viel Spielraum innen drin auch. Obwohl die so klein aussieht, aber die haben alle richtig schön viel Spielraum und kleine Handytäschchen noch mit drin. Das muss sein. Ja. Dann auch in grün. Auch klein aber fein, ne? Ja, klein aber fein. Ja, das sieht ja auch ganz toll aus. So, die ist schön handlich klein. Mhm. Und auch noch mal in Gold. Sieht ja auch super toll aus. Super. Schön sportlich, elegant. Ja. Und hier noch mal ein Sicherheitsverschluss. Ja. Und sieht mal, wie viel Platz die auf einmal hat. Wow. So kleine Beutelchen, ne? Wahnsinn. Das ist richtig dick. Jetzt der Arbeiter so könntest du fragen. Und dir macht das. Okay. Mach den Sicherheitsverschluss drüber. Dann habt ihr eine Tasche. Und das Taschengieb so schnell die seine Hände reinbekommt. Das ist richtig gut. Was ja auch immer so richtig ist. So, jetzt sind wir aber wirklich durch. Ja. Jetzt sind wir durch. Okay. Wir haben es geschafft. Yay. Also, Joey, ich freue mich auf euch. Es lohnt sich. Danke.